Auch in der neuen Woche beschäftigt uns noch das Hochwasser, nicht nur im Süden des Landes, sondern auch in Sachsen. Da kommt jetzt die Hochwasserwelle aus Tschechien immer mehr rein, gilt übrigens auch für die Oder-Neiße-Region. Hier sehen wir beispielsweise ein Foto aus dem Winter 2023. Da gab es auch ein Hochwasser in Dresden. Und das, was jetzt kommt, das bringt einen Pegelhöchststand sehr wahrscheinlich von 7,50 Meter. Das ist dann Meldestufe 4, also ein knackiges Hochwasser, aber kein historisches Hochwasser. So oder so, da schätzen sollte man dennoch die Lage nicht. Da wird es größere Einschränkungen geben, auch weiter außerhalb von Dresden, nicht nur in der Stadt selbst. Und das liegt immer noch an diesem Tiefdruckgebiet, mit diesem Unwetter-Tief. Was da über Kroatien, Ungarn und auch Österreich liegt, zu Wochenanfang, bringt immer noch diese sehr feuchte Luft in Richtung Norden. Und die gleitet auf die kühlere Luft, die von Nord nach Süd auf. Und dementsprechend kommt es immer wieder zu diesen starken Regenfällen. Wenn wir hier gerade nach Südbayern blicken, da kommt das nicht vom Fleck am Montag. Das heißt, hier gibt es die unwetterartigen Regenfälle. Und dementsprechend inklusive mit dem Schmelzwasser kommt da einiges runter. 50 bis 100. Mit dem Schmelzwasser sehr wahrscheinlich über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter, beziehungsweise an Abflussmenge, sagt man dazu. Also was dann schlussendlich in die Bäche und Flüsse fließt. Also dauerregen Lager am Sonntag, Quatsch, am Montagvormittags, Wochenende haben wir ja längst hinter uns. Und ansonsten starten wir auch ziemlich grau in die neue Woche. Am Nachmittag regnet es sich dann im Süden so richtig ein. Im Nordwesten lockert es dagegen ein bisschen auf. Ebenso auch im äußersten Osten. Und das Ganze bei Tageshöchsttemperaturen dort mit 22 Grad. Sonst im Dauerregen 6 bis maximal 10 Grad. Und auch bei der Sonnenscheindauer sehen wir im Süden gibt es nix. Im Norden und im Nordwesten ein bisschen mehr.